Musik Großer Festakt in Köln. Die 10. Wahl zum Behindertensportler des Jahres. Die Preisträger 2013. Skiweltmeisterin Anna Schaffelhuber, Tischtennis-Europameister Thömer Schmickberger und die Junioren Rollstuhlbasketballer. Auch das ist jetzt amtlich. Schmidt Media ist der offizielle Medienpartner des Deutschen Behindertensportverbandes. Die Partnerschaft mit Schmidt Media ist ein Indiz unserer Professionalisierung der Arbeit. Man kann in einer medienorientierten Welt, kann man bestimmte Dinge nicht selber machen. Deshalb haben wir das ja auch in einer offiziellen Partnerschaft münden lassen, weil das eine Win-Win-Situation ist. Und noch eine Partnerschaft wird ausgebaut. Die mit dem Deutschen Leichtathletikverband. Als offizieller Medien- und Technikpartner für die DLV-Clubs ist Schmidt Media nach Moskau auch bei den kommenden Weltmeisterschaften dabei. Und auch bei der EM 2018 in Berlin wird Schmidt Media natürlich am Start sein. Schmidt Media sorgt für den großen Auftritt. Die DB Kommunikationstechnik hat sich auf der Euro Finance Week mit einem Film von Schmidt Media präsentiert. Der Beitrag, der auf einer der wichtigsten Messen der Finanzbranche ausgestrahlt wurde, stellt anschaulich die Cash-Management-Dienstleistungen der Bahntochter vor. Schmidt Media und das Vision Gold Reporter Team erneut auf Tour in Sochi. Die Olympia-Vorbereitungen gehen in die finale Phase. Für das Organisationskomitee steht noch Arbeit an. Die Sportstätten wie im Olympic Park sind fertig und sensationell geworden. Ganz im Gegensatz zur Infrastruktur in den Bergen. Da gibt es noch jede Menge Baustellen. Es bleibt spannend, ob alles fertig wird bis zu den Spielen. Schmidt Media ist ready for the Games. Das OK hat noch jede Menge zu tun. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.